Der Callcenter-Cratcher ist hier mit einem neuen Video. Ich grüße euch. Die Firma im heutigen Anruf hatte nicht nur Probleme mit ihrer Telefonleitung, da dreimal die Verbindung abgebrochen ist, sondern auch damit die Blockchain zu erklären. Hört euch den Spaß an. Wie immer geht's nach dem Intro los. Hacke dicht. Ja, das ist richtig. Da muss ich dir erstmal einen riesen geilen Kompliment aussprechen für diesen geilen Namen. Also du hast echt einen schönen Nachnamen, muss ich sagen. Ja, ne? Finde ich auch. Ja, also Respekt. Aber nichts zur Sache. Wie gesagt, ich bin von Invest Capital. Wir nutzen die Handelsplattformen, also die Trading Software, Immediate Edge, die Krypto-Software. Ja, und darauf haben Sie sich ja beworben. Ich wollte mir jetzt mal die zwei, drei Minuten kurz mit Ihnen Zeit nehmen, ja, um Fragen, die Sie bestimmt haben, zu beantworten oder dann dementsprechend einen Termin zu vereinbaren mit unserem Broker in-Haus. Also Sie sind jetzt noch einer der wenigen, wo ich von den 17 rein verfügbaren Plätzen noch anbieten kann. Das ist ja nett, dass Sie sich für mich Zeit nehmen. Wie Sie sehen, wir sitzen auf Samstag und auch leider Gottes jetzt nach dieser Kampagne auch wahrscheinlich morgen im Büro, weil der Ansturm extrem gerade groß ist. Also wir sind jetzt schon seit um neun Uhr im Büro. Das Telefon, das glüht. Und deshalb will ich auch gar nicht so viel Zeit mit Ihnen in Anspruch nehmen und Ihre wertvolle, kostbare Zeit am Samstag in Anspruch nehmen, sondern wollte einfach nur mal schauen, wann es bei Ihnen passt, wo Sie sich dann mal zehn Minuten Zeit nehmen, um mit einem Broker dann zu telefonieren. Der zeigt Ihnen dann die Handelsplattform, wie das Ganze aussieht und bespricht das Ganze weitere dann mit Ihnen. Sie kriegen von mir gleich eine E-Mail, eine Willkommens-E-Mail mit Zugangsdaten, mit einem Drum und Dran und ja, jetzt bräuchten wir nur noch einen Termin, wann es bei Ihnen am besten fallen würde. Die Zugangsdaten brauche ich ja erst dann, wenn ich sicher bin, dass ich mit Ihnen handeln möchte. Sie bekommen von vornherein die Leute, wie gesagt, die Plätze sind ja jetzt limitiert und Sie bekommen jetzt automatisch schon mal einen Platz gutgeschrieben und was Sie dann am Schluss nach dem Gespräch mit dem Broker dann machen, das ist dann Ihnen überlassen. Na gut, da ich mich auf einigen Webseiten mehr angemeldet hatte, welches war jetzt Ihre Webseite? Die Immediate, das war die Immediate-Edge-Trading-Software im Bereich Kryptohandel. Können Sie mir dann die URL buchstabieren, bitte? Boah, keine Ahnung, was da jetzt die URL ist. Das ist unsere Marketing-Abteilung, die da die Kampagne laufen lässt. Wir sind platziert auf Facebook, auf Insta. Wir sind in verschiedenen Plattformen. Ja gut, aber ich möchte jetzt Ihre Plattform wissen, also sprich die Web-Adresse Ihrer Plattform. Das nennt Sie die URL. Ja, die ist natürlich mit in der E-Mail mit dabei. Die kriegen Sie gleich dazu. Die können Sie mir jetzt einfach gut schlabieren, das wäre doch viel einfacher. Dann kann ich es direkt eingeben und direkt nachschauen. Die ist extrem lang, ein kleines Augenblick. Also HTTPS, Doppelpunkt, Doppelflash. Ja, das ist klar. Invest Capital, also invest, also i-n-v-c-c-a-t-i-t-a-l-at-com. Auf den Augenblick. West Capital. Ein Wort. Invest Capital. Ein Wort geschickt, genau. Und dann weiter? Dotcom. Ah ja, okay, gut. So, dann kann ich da ja schon mal nachschauen. Das ist dann die Handelsplattform. Okay. Das ist die Modellinste, die auf dem Markt ist. Die ist direkt auch mit dem Meta Trader 4 verbunden, also mit Echtzeit, mit der Börse. Ja, aber inzwischen gibt es auch den Meta Trader 5. 5, ja, den gibt es auch mittlerweile. Den sind wir gerade dabei, dann zu integrieren. Ah ja, okay, gut, okay. Und Sie können mir so allgemein jetzt nichts dazu sagen? Nee, ich bin auch zum Support nur. Ich telefoniere die Leute ab, die sich darauf beworben haben, auch die letzten 44 Klätze, die dann noch zur Verfügung waren. Und sie sind jetzt, wie gesagt, 17, habe ich noch zur Verfügung. Und mehr wie anbieten kann ich das Ihnen nicht. Was Sie da rausmachen, ist dann Ihre Entscheidung. Ich sende Ihnen dann, wie gesagt, nur eine E-Mail zu, wo die Zugangsdaten schon mal von Ihrem Konto mit dabei sind und würde gerne dann einen Termin mit dem Broker ausmachen. Des Weiteren besprechen Sie mit dem Broker. Wie gesagt, zehn Minuten mal Zeit nehmen, damit er Ihnen das dann alles in Ruhe dann erklärt. Ja, dann kann er mich heute bis 15 Uhr erreichen. Das ist kein Problem. Heute bis 15 Uhr. Ja. Wollen Sie eine konkrete Uhrzeit gleich ausmachen? Wollen Sie da gleich 13, 14 Uhr oder soll er Sie da einfach dann durch? Ja, kann durchaus sein. Ich habe ein bisschen Telefondienst hier, aber wenn er mich nicht sofort erreicht, kann er mich gerne in kürzester Zeit versuchen. Bis 15 Uhr. Ich würde Ihnen gerade schon mal die E-Mail zukommen lassen. Da würde ich mich dann noch mal vorstellen. Da haben Sie dann auch noch mal meine Kontaktdaten. Ich würde da gerade noch mal die E-Mail abgleichen. Da habe ich jens23 at gmail.com. Ja, okay, gut. Alles klar. Okay, perfekt. Dann bedanke ich mich für das nette, sympathische, kurze Gespräch und wünsche Ihnen schon mal ein schönes Restwochenende. Alles klar. Dann bedanke mich ich auch. Danke. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Hallo? Ja, Herr Harkin. Direkt, wo man spricht hier in Westkapital. Ja. Ja, begrüße Sie. Ich bin der Broker, der für Ihren Handlungsaccount, für die Software zuständig ist. Haben Sie ganz kurz für mich Zeit oder störe ich jetzt? Ja, ich habe ganz kurz für Sie Zeit. Okay, ganz kurz. Bedarf nicht großartiger Zeit. Sie haben die E-Mail bekommen mit den Zugangsdaten zu einem Account oder noch nicht? Habe ich noch nicht nachgesehen. Okay. Ganz, ganz wichtig. Das ist einmal der erste Schritt an und für sich, sage ich einmal, den wir machen sollten. Der nächste wäre dann, ich erkläre Ihnen ganz kurz, wie das Prinzip funktioniert. Es gibt eine Software, die wir exklusiv, sei jetzt mal in dem deutschsprachigen Raum, vertreiben für die Schweiz, für Österreich und für Deutschland. Speziell auf den Kryptomarkt natürlich, Sie wissen oder Sie haben vielleicht ein bisschen beobachtet, wie das in den letzten Monaten auf und ab geht. Wir sind eine Handelsplattform, wo Sie natürlich jegliches Assets handeln können. Also ich spreche jetzt auch Stocks oder Indizes, also Rohstoffe und dergleichen. Nur im Moment macht es am lukrativsten, sei jemanden nicht Sinn, am Kryptomarkt zu investieren. Warum? Wir wissen, Ukraine-Krise, die Russen haben Sanktionen bekommen, haben keinen Zugriff mehr auf Barliquidität, also sprich, ihre Konten können ihre Immobilien nicht verkaufen. Jedoch beim Kryptosegment gibt es eine große Ausnahme. Wenn man Geld heute auf einem Wallet zum Beispiel liegen hat, dann kann man dieses jederzeit bei jedem Bargeld machen. Deswegen kommt es zu einem eklatanten Auf und Ab am generellen Kryptosegment, sprich, jetzt nicht nur Bitcoin, Ethereum, Ripple und dergleichen. Davon profitieren wir als Handelsbank und natürlich auch unsere Kunden extrem davon. Da gibt es die Software, die im Endeffekt nichts anderes macht, als den korrekten Einstiegspunkt und Ausstiegspunkt uns signalisiert. Also wenn wir heute das in einer Grafik, sag ich einmal, symbolisieren, dann sieht man, wie ein Auf und Ab vom Kurs, sag ich einmal, sich bewegt. Und die wichtigste Information für uns ist immer, wenn, sag ich einmal, jetzt zu einer Stagnisation kommt, also zum Beispiel ein Stillstand. Wenn jetzt zum Beispiel der Kurs in die Höhe steigt und es verlangsamt sich, dann bedeutet das oder signalisiert uns praktisch die Information, jetzt kommt es zum Gewinnmitnahme, also sprich, jetzt wird verkauft. Wenn dann der Verkauf passiert ist, dann tritt wieder Ruhe ein und bedeutet das, jetzt wird wieder nachgekauft. Das ist im Endeffekt das einfache, einmal eins, sag ich einmal, dieser Software, die uns das explizit, sag ich jetzt einmal, auswirft. Also auswirft so, ich beherrsche selbst die allgemeine Mathematik, nur bin ich nicht so schnell wie diese programmierte Software. Wir haben diese Software exklusiv zur Verfügung gestellt bekommen und erzielen damit eklatante Gewinne, die wir den Kunden einfach zusichern können. Das war die Marketing-Kampagne, wo, sag ich einmal, ich gehe davon aus, aus der Herange, die sich bei uns wie ich drehte. Ich bin der Broker, der im Endeffekt das Ganze im Auge behält. Natürlich setze ich einen Stop-Loss aus, sprich, wenn einmal etwas aus der Bahn läuft, dass heute jetzt nicht irgendwie, weil jetzt einmal ein Negativ schaffen entsteht, beziehungsweise setze ich den an und den Verkaufspunkt. Der Kunde hat an und für sich damit nichts zu tun. Er bekommt Kommission. Und nun wollte er nicht mehr. Ja, nee, er ist rausgeflogen. Hallo? Ja, Herr Akkidich, Sie haben mich verlassen. Wie weit haben Sie denn noch mitgehört? Ja, ich habe eine ganze Menge gehört, ja. Okay. Also Sie sind ein Broker. Ganz richtig, ja. Ja, gut. Ich habe eine Frage. Mit Kryptos habe ich ja noch nicht so viel Ahnung. Die Frage ist, man hört ja immer wieder etwas über die Blockchain. Was ist diese Blockchain? Das können Sie mir als Broker sicherlich erklären. Natürlich, ja. Also die Blockchain, das ist ein Worst-Case-Szenario, ja. Wenn es einmal darum kommt, dass Sie mit der Blockchain, sage ich einmal, in Verbindung treten müssen, dann sind die, sage ich jetzt einmal, einer Handelsplattform auferliegen, die keine Lizenz hat oder dergleichen. Die Blockchain macht im Endeffekt nichts anderes, als die Gelder sicherzustellen von Plattformen oder von Broker-Firmen, die ihre Lizenzen verloren haben. Da sind wir komplett weit weg. Die Blockchain ist etwas, die Gelder sicherstellt. Sie müssen sich zum Beispiel vorstellen, El Toro, 24 Optionen, Invest Capital. Das sind die größten Handels-Trading-Plattformen, die es gibt. Wenn zum Beispiel heute eine Handelsplattform, die El Toro, die jetzt unlängst passiert ist, die Lizenz entzogen worden ist für den europäischen Markt, dann liegt ja auf El Toro-Geld. Ja, sehr viel Geld zum Teil. Dann kommt die Blockchain. Hallo? Ja. Warum legt die dort auf? Also ich lege überhaupt nicht auf. Die mag uns die Verbindung nicht. Und wie aus rufen Sie denn an, dass Sie eine so schlechte Verbindung haben? Ich rufe aus Österreich an. Vom Börseplatz 1. 1010 Wien. Aha. Und warum haben Sie denn... Ich habe öfter mal Anrufe aus Österreich. Ich habe Verwandte in Österreich. Und da habe ich nie so eine schlechte Verbindung. Ja, das mag das Problem sein. Wir haben eine Internetverbindung. Wir haben 600 Leute im Office sitzen. Wir telefonieren jetzt nicht mit einem Festnetz. Sondern ich frage immer um eine freie Leitung an. Die bekommen natürlich im Anschluss von mir sofort eine E-Mail, wo sie von mir eine Rückrufnummer bekommen. In dem Moment können Sie mich direkt in meinem Büro, sage ich mal, kontaktieren. Ich wähle mich ein. Also ich frage immer nach einer Durchwahl. Das kann manchmal sein in Österreich, Schweiz. Wir haben in Belgien, wir haben in Malta Büros. Aber rufe ich Sie auf eine Festnetznummer in Deutschland oder rufe ich Sie auf einem Mobiltelefon an? Das sehen Sie nicht. Sie müssen die Nummer gewählt haben. Ja, ich sehe jetzt nur 0949302043981. Aber ich bin jetzt nicht so weit informiert, ob das jetzt ein Festnetz oder ob das jetzt ein Mobiltelefon ist. Welche Nummer haben Sie da? Warten Sie mal ganz kurz. Ich sage es Ihnen eigentlich noch einmal ganz kurz. Ich hoffe, es wird gut auf. Ich habe hier 0493222043981. Das ist nicht... Ja gut, okay. Okay, alles klar. Gut, also Sie sagten, welches war jetzt Ihre Firma nochmal? Also meine Firma ist Invest Capital. Das ist eine der Plattformen, die wir vertreiben. Unter anderem gehört zu uns El Toro. Kennen Sie ganz sicher. B500, 24 Option. Ach, das ist... Sie sind also die Mutterfirma von all den Großen wie El Toro und so weiter. Nein, nein. Das haben Sie gerade gesagt. Nein, nein. Ganz wichtiger Unterschied. Ich bin nicht die Mutterfirma. Die Mutterfirma ist röderer Limit. Diese Firma betreibt, glaube ich, 37 unterschiedliche Plattformen. Unter anderem für den europäischen Markt, für den Schweizer Markt, für den deutschen Markt, Invest Capital, FX Market Club, Interactive Trading, El Toro, B500, 24 Option, Orange Blue Market, iTrader, Accentral. Das sind Plattformen, die gehören dieser Firma an. Die Mutterfirma ist röderer Limit. Ja gut, okay. Aber dieses Invest Capital, dann sind Sie ja ein Finanzdienstleister, richtig? Korrekt, ja. Okay. Das sind wir, ja. Das ist korrekt, ja. Wo sind Sie denn reguliert als Finanzdienstleister? Bei der ESMA, bei der Bafin und bei der SISEC. Wohlgemerkt, ganz kurz, ganz, 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 ganz wichtig, der große Unterschied. Sie wissen, wie es in Krypto passiert, also sprich, jetzt in West Capital ist ein Schwerpunkt auf den Kryptomarkt ausgelegte Plattform und Sie wissen, eine Krypto ausgelegte Plattform bedarf keiner Regulierung, keiner Lizenz. Wir haben natürlich eine Lizenz, aber Kryptos können Sie heute auch ohne eine Lizenz. Also Sie sind also bei der Bafin gelistet? Natürlich, natürlich. Können Sie mir bitte mal dann die Bafin-ID geben? Ich kann Ihnen, wenn Sie möchten, über Telefon, sage ich einmal, passiert sowas überhaupt nicht. Warum nicht? Das ist doch einfach nur ein paar Zahlen. Es geht nicht um ein paar Zahlen, es muss immer alles schriftlich passieren. Nein, muss es nicht. Sie rufen mich an, Sie haben ja keinen Brief geschrieben, Sie rufen mich an. Warum soll das jetzt schriftlich geschehen? Nein, Finanz, es gibt ein europäisches Finanzgesetz und das besagt, dass ich den Kunden eine Information über meinen Dienstleister immer schriftlich meistern muss. Bitte? Welches Gesetz ist das? Das obliegt dem europäischen Finanzgesetz. Ja, welcher Paragraph ist das? Ich bin kein Jurist, ich bin ein Prober. Ja, Sie sagen, es obliegt dem europäischen Finanzgesetz, da müssen Sie mir auch sagen, welches Gesetz das genau ist, welcher Paragraph. Ansonsten kommt das ja gar nicht in Frage. Herr Ecke, wenn Sie möchten, schicke ich Ihnen jetzt im Anschluss das Telefon ab. Sagen Sie mir einfach, sagen Sie mir entweder Ihre Mafia oder lassen Sie mich einfach mal ausreden. Das wäre schon mal ganz nett. Sie sprechen von einem Paragraphen oder von einem Finanzgesetz. Dann nennen Sie mir das Gesetz. Das Gesetz heißt europäisches Finanzgesetz. Ja, und welcher Paragraph ist da nun giltig für das, was Sie sagen, was nicht geht? Nochmal, ich bin jetzt kein Jurist, den wir gerade gerade angenennen. Das sollen Sie dann vielleicht sagen, wenn Sie im Kundensupport direkt arbeiten und mit solchen Sachen um sich werben. Ich bin nicht im Kundensupport. Ganz kurz. Ja, Sie sind ein Broker, stimmt, ich habe vergessen. Sie sind ein Broker. Und Sie sagen, dass die Blockchain zur Sicherung der Werte ist. Mit Verlaub gesagt, Sie haben keine Ahnung, was die Blockchain ist. Sie sind also nur ein Betrüger. Ich weiß ja wohl, was die Blockchain ist. Ja, das haben Sie aber falsch erklärt. Okay, dann erklären Sie mir bitte, was die Blockchain korrekt ist. Dann versuchen Sie es doch noch mal. Die Blockchain ist eine Institution, die Gelder auf Handelskonten, auf sogenannten Trading-Accounts sichergestellt worden ist von Handelsplattformen, deren Lizenz entzogen geworden ist. Stimmt nicht. Definitiv ist es so. Nein, stimmt nicht. Stimmt nicht. Gut, ich denke, dass das Telefonat mit uns zwei nicht allzu zielführend sein wird. Dennoch, meine Aufgabe verlangt ist, dass ich Ihnen die E-Mail zukommen lasse. Sie bekommen für mich die Zugangsdaten. Die Entscheidung gibt es bei Ihnen, ob Sie das machen möchten oder nicht. Sie bekommen meine Rückrufnummer natürlich, wo Sie mich direkt definitiv auf der Zugang bereitstellen können. Okay, dann versuchen wir es mal anders. Versuchen wir es mal anders. Ich glaube, dass Sie da die Blockchain ja schon nicht erklären können. Dann werden Sie mir sicherlich sagen... Warten Sie, wie ich einfach mal auswählen. Nein, ich habe meine Zeit nicht geschont. Seien Sie mir nicht böse. Ich bin Ihnen böse. Sie sind einfach nur ein Betrüger. Ein ganz normal Betrüger. Dann wünsche ich Ihnen das alles Liebe. Dann wünsche ich Ihnen das alles Liebe. Sie sind so lächerlich. Sie sind so lächerlich. Ich lache Sie aus. Sie haben von Tuten und Blasen keine Ahnung. Von Blasen habe ich definitiv keine Ahnung. Ja doch, ja doch. Wahrscheinlich haben Sie mit von Blasen mehr Ahnung als von der Blockchain. Das kann ich mir sicherlich vorstellen. Das kann ich mir in jedem Fall vorstellen. Haben Sie sonst noch etwas zu sagen?